ich laufe gerade und ich hoffe ihr habt ein bisschen spaß und geht mit mir zusammen joggen ich weiß ja nicht wie es euch geht aber das ist die anträgen guck wie hoch es geht ich mag laufen auf alle fälle nicht ich habe euch vieles anders und ihr feiert es wenn jemand laufen geht zack da ist die nächste treppe guck mal wie hoch das geht jungs heftig aber ihr seid wenigstens dabei und wir können zusammen mit dem laufen gehen das ist voll anstrengend glaubt ihr gar nicht kommt erstmal ein bisschen zu atmen derweil zeig euch wie sie in die schrecke ist wieder bergauf oh no jetzt geht's 2 1 2 2 2 3 2 1 3 So Leute, das war's, ich hoffe ihr habt Spaß gehabt, ich bin jetzt gleich wieder drin und gehe duschen und dann ist Wochenende, ich habe euch alle lieb, küsst euch, bis zum nächsten Mal, tschüss.